Warum bist du auf der Gestader-Messe? Ich bin auf der Gestader-Messe, weil ich jedes Jahr hierher komme, weil man die lokalen Gewerbebude sieht und sieht, was geht im Gewerbe und so wie hier meinen Lehrbetrieb wieder einmal anschauen kann. Und welcher Stand gefällt dir am besten? Ja, natürlich auch der hier, weil ich hier gearbeitet habe, weil ich hier die Lehre gemacht habe. Da sehe ich wieder viele Gesichter von meiner Vergangenheit, sozusagen. Es ist immer wieder interessant zu schauen, wo die Lehrbetriebe heute anfangen sind. Worauf freust du dich heute Abend noch besonders? Es kommt auf alles weitergeregt. Eventuell hier noch ein paar Leute treffen als Gestader-Messe oder sonst irgendwo auf ein Bier draussen haben. Vielen Dank!